Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was viele Fotografen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Nämlich, ja, wie sieht es eigentlich um dich herum aus? Denn viele Fotografen fokussieren sich einfach nur auf sich selbst, auf ihre Qualität, auf das Equipment, was sie vielleicht haben und natürlich auch auf die Details des Auftrages. Aber was passiert um dich herum? Wie sieht dein Hintergrund aus? Hast du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht? Gerade in heutigen Zeiten ist es ja gang und gäbe, auch über gewisse Videotools mit Kunden zu sprechen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Brautpaar begleiten möchte bei einer Hochzeit oder auch ein Unternehmen mit einem Imagefilm oder, 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 hat man eben auch die Möglichkeit, diese ersten Gespräche, wo es darum geht, um zu schauen, ja, wird es ein Kunde oder bleibt es nur bei einem Interesse, über Videoformate zu führen. Das heißt also Videocalls. Und die meisten machen das Ganze dann entweder von zu Hause aus, haben vielleicht ein eigenes Studio dort eingerichtet oder haben einen laufenden Studiobetrieb und dort einen Platz, wo auch der PC steht. Aber meistens steht der PC ja in einem Arbeitszimmer oder in irgendeinem Umfeld, wo vielleicht Schränke im Hintergrund sind, mit Ordnern und so weiter und so fort. Das Ganze wirkt auf deinen Interessenten daher nicht wirklich ansprechend. Du solltest also auch darauf achten, nicht nur, dass du gepflegt aussiehst, sondern natürlich auch dein Hintergrund für den Kunden ansprechend ist. Denn generell ist es bei Menschen so, wenn sie Dinge sehen, die ihnen bekannt vorkommen oder, ja, die sie selber auch kennen, dass sie sich sofort wohlfühlen. Das heißt also, wenn in deinem Hintergrund jetzt zum Beispiel schon ein Bild von dir, was du mal geschossen hast, ausgedruckt an der Wand hängt oder im Regal steht, wenn da eine Kamera daneben liegt, sodass das Ganze auch thematisch passt und der Kunde sich darin wiedererkennt, weil er ja da ist, um eine bestimmte Dienstleistung bei dir einzukaufen, wird auch das Gespräch viel besser verlaufen. Das ist jetzt nichts, was so direkt thematisiert wird. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass der Kunde dir sagt, hey, freut mich, dass du so einen schönen Hintergrund hast. Aber es hat wirklich unterbewusst bei deinem Interessenten einen riesengroßen Effekt. Denn du musst dir vorstellen, bevor du dich jetzt dafür entscheidest, mit einem Dienstleister zum Beispiel zusammenzuarbeiten, egal aus welchem Bereich der kommt, egal ob das jetzt auch ein Foto- oder Videograf ist oder vielleicht ein Handwerker oder wer auch immer, dein erstes Gefühl, der erste klassische Eindruck, den man so kennt, ist meistens schon sehr entscheidend für die Entscheidung, die dann im Hintergrund noch fällt, für oder gegen eine Zusammenarbeit. Das heißt so, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann reichst du ihm die Hand und schaust ihn dir erstmal von oben bis unten an. Sieht er gepflegt aus? Wie ist sein Äußeres? Hat er irgendwie total bunte und abgefahrene Haare, sodass du dich erstmal erschreckst? Oder ja, passt das äußere Erscheinungsbild zu dem, was du erwartest? Und genauso ist es mit deinem Interessenten auch. Wenn der Interessent sich jetzt dafür interessiert, ja zum Beispiel ein Portrait-Shooting bei einem Fotografen zu buchen oder einen Imagefilm machen zu lassen oder einen Recruitingfilm, dann geht der Interessent schon mit gewissen Erwartungshaltungen in das Gespräch mit dir rein. Und wenn diese Erwartungshaltungen dann auch im ersten äußeren Eindruck schon erfüllt werden, ist das schon mal eine sehr, sehr große Hilfe für das Gespräch. Das heißt also, überleg dir mal, wie es bei dir im Hintergrund aussieht. Mach vielleicht mal die Kamera vom PC oder vom Laptop an und schau dich mal um. Passt das alles? Ist das stimmig? Passt der Hintergrund auch zu dem, was du dem Kunden anbieten wirst? Denn ich habe letztens erst mit einem Kunden von uns gesprochen und auch er hat zu Hause ein Arbeitszimmer eingerichtet. Von dort aus führte er dann quasi auch die Gespräche mit seinen Interessenten. Und der Hintergrund war jetzt überhaupt nicht optimal. Also es war noch so ein Stück vom Schreibtisch an der Seite zu sehen. Der war zugestellt mit irgendwelchen Unterlagen, einem Drucker. Und das Ganze war so ein bisschen in einem Chaos. Was hat der Kunde jetzt mit einem Porträt-Shooting und einem Schreibtisch oder Drucker zu assoziieren? Gar nichts. Das heißt also, man muss schauen, dass man das Ganze so ein bisschen cleaner sozusagen macht. Und im Hintergrund wirklich nur Dinge stehen hat, die erforderlich sind, die vielleicht zu einer guten Atmosphäre beitragen. Natürlich ist es auch da wichtig, dass du auf die Kameraqualität achtest und auf eine gute Belichtung. Denn es geht ja schließlich darum, Bildmaterial an den Interessenten dann letztendlich am Ende auch zu verkaufen. Und wenn der erste Eindruck mit dir im Gespräch schon ist, dass dein Bild irgendwie ein bisschen unscharf ist, du bist schlecht belichtet oder hinten hast du ein Fenster und das ganze Bild ist überbelichtet, das sind auch alles so unterbewusste Punkte, die der Interessent aufnehmen wird und sich dann vielleicht am Ende gegen dich entscheidet. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, denn meistens sind die Webcams, die so in PCs eingebaut sind, auch nicht die besten. Du bist Fotograf, also hast du mit Sicherheit eine Kamera zu Hause, die du im Zweifel auch mal für so einen Videocall aufstellen kannst. Auf ein Stativ, einfach hinter dein Laptop stellen oder an den Schreibtisch irgendwie dran bauen. Da gibt es auch so Halterungen für. Und selbst wenn du jetzt die Kamera selber nicht nutzen möchtest, weil das Objektiv, was du hast, vielleicht nicht dazu passt oder so, dann kannst du dich auch mal nach einer Webcam umschauen. Denn auch das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe. Also bereite dich auf diese Gespräche immer gut vor. Achte darauf, in welcher Umgebung findet das Ganze statt, um welches konkrete Angebot geht es für den Kunden und schaffe einfach von Anfang an eine gute Atmosphäre. Wenn du dann selber im Gespräch sitzt mit dem Interessenten, ist es natürlich auch wichtig, die Sympathie gleich von Anfang an hochzuhalten. Weil wenn du das vielleicht kennst, über Empfehlungen viel arbeitest, da ist ja meistens ein gewisser Sympathiefaktor ohnehin schon gegeben, gleich im Einstieg, weil bisher ein zufriedener Kunde von dir schon positiv von dir berichtet hat. Das heißt, auch da ist es so, dass der Interessent mit einer gewissen Erwartungshaltung, die in dem Fall schon positiv gestimmt ist, in das Gespräch mit dir kommt und sich davon dann sozusagen ein bisschen leiten lässt. Und es ist wichtig, dass du auch bei Interessenten, die dich bisher noch gar nicht kennen, gleich von Anfang an ein positives Gefühl vermittelst. Also wenn du vielleicht das allererste Mal mit der Person sprichst, dann sorg dafür, dass sie wirklich richtig Interesse hat und auch Lust hat, das zweite Gespräch mit dir wahrzunehmen. Dass sie Lust hat, mit dir einen Videocall zu führen oder sich auch persönlich vor Ort in deinem Studio zu treffen. Also ja, schau dich einfach auch mal ein bisschen um. Schau nicht nur durch die Linse und sei so eingeschränkt und fokussiert auf deine Arbeit, sondern achte auch auf die Bedürfnisse des Interessenten. Und dann wirst du auch mit Sicherheit direkte Effekte spüren und mehr Umsatz generieren können mit den Anfragen, die du aktuell hast. Es ist aber nicht nur wichtig, auf den Hintergrund zu achten, sondern auch darauf, dass dein äußeres Erscheinungsbild passt. Dazu verlinke ich dir hier mal ein Video. Und wenn du generell wissen möchtest, wie du an mehr Anfragen kommst und wie du dich auch geschäftlich, strukturell besser aufstellen kannst, dann trag dich gerne bei uns über die Website www.edmund-rätsel.de für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Und wir schauen uns gerne mal an, was für dich die nächsten Schritte sind, um wirklich erfolgreich zu werden mit deiner Fotografie. Wir freuen uns, von dir zu hören. Wir freuen uns, von dir zu hören.